Ja hallo und herzlich willkommen meine Freunde. Mit dem langersehenden Wipe kam auch der Patch 0.15 und was dieser an neuen Stuff und Veränderungen für uns bereithält, gehe ich mit euch einmal kurz und knackig durch. Die Factory Map wurde komplett neu gestaltet, inklusive Texturen, Räumen und Maschinen. Einige Bereiche wurden erweitert und neue Außenbereiche hinzugefügt. Außerdem wurden Spawns und Extractions angepasst und es gibt hier neue Quests. Schaut euch die Map auf jeden Fall im Offline-Modus oder als Scav in Ruhe an, bevor ihr euch dort an Quests versucht. Die Changes sind wirklich echt huge und bis man sich da komplett zurechtfindet, kann es schon den ein oder anderen Raid dauern. Dann wurde der neue Boss Partisan hinzugefügt, der besonders in waldreichen Gebieten auftritt und Spieler mit niedrigem Karma jagt. Er nutzt Sprengfallen und agiert bevorzugt aus dem Hinterhalt. Er soll auch wirklich nur schlecht zu hören oder mitzubekommen sein. Passt hier also auf und checkt eure Bereiche lieber einmal mehr. Kommen wir zum Karma-System. Ein neues verstecktes Karma-System wurde eingeführt, das das Verhalten der Spieler basierend auf ihren Aktionen bewertet und deren Gameplay beeinflusst. Dabei könnt ihr dies auch beeinflussen. Ihr sinkt im Karma eher dann, wenn ihr zum Beispiel Exits abcampt und steigt, wenn ihr eher normal bis offensiv spielt. Des Weiteren kam mit den Patches das Map-to-Map-Traveling. Dies startet erstmal mit dem neuen Event namens Marathon und das erlaubt es, während des Spiels von einer Map zur nächsten zu reisen. Spieler können Items während des Transits übertragen und verdienen eine besondere Auszeichnung, wenn sie alle Orte in einem Raid besuchen. Nun kommen wir zu einem Feature, das viele von euch freuen wird, aber vermutlich genauso viele eher stören wird, und zwar die Stolperdrähte. Eine neue Funktion ermöglicht es Spielern, Stolperdrähte zu installieren, die Granaten auslösen. Diese können auf verschiedene Weisen aktiviert und entschärft werden. Die Stolperfallen sind allerdings erst nach Abschluss einer Quest-Reihe bei dem Trader Jäger verfügbar und die Dauer bis die Explosion eintritt, richtet sich immer noch danach, wie lange die Granate selbst auch braucht, bis sie hochgeht. Das Waffenhandling hat auch eine wichtige Neuerung erhalten. So wurde die Möglichkeit hinzugefügt, Waffen auf geeigneten Oberflächen zu montieren oder zwei Beine zu verwenden, um Rückstoß und Austauschverbrauch zu reduzieren. Wenn ihr also in einer passenden Deckung mit guter Sicht seid, könnt ihr euch dort quasi verschanzen und Blei regnen lassen. Im High-Dot gibt es zwei neue Zonen. Ein Ausrüstungsregal zur besseren Organisation deiner Ausrüstung und einen Kultistenkreis, bei dem du Gegenstände opfern kannst, um Belohnungen zu erhalten. Hierbei steigt die Wertigkeit der Belohnung, desto besser die Items sind, die ihr opfert. Zudem besteht eine bis zu 25%ige Chance, dass die Kultisten euch Items bringen, die ihr vorrangig für Quests oder den Hideout-Ausbau benötigt. Der Kultistenkreis ist bei Spielern mit der Unheard Edition direkt verfügbar. Alle anderen bekommen den Zugang über eine Questreihe bzw. den Hideout-Ausbau ingame. Es wurden zahlreiche neue Waffen hinzugefügt, darunter die Uzi, die Desert Eagle und das M60, sowie neue Ausrüstung und Rüstung. Auch das Kaliber 0.50 AE ist jetzt im Spiel verfügbar. Der Zoom für bestimmte Optiken kann jetzt stufenlos angepasst werden. Das Hotkey-System wurde optimiert und eine neue Granatenauswahloption hinzugefügt, sodass ihr jetzt wie beim Heilen durch Scrollen bestimmen könnt, welche Granate ihr zieht, ohne die auf eine der Nummerntasten legen zu müssen. Es wurden aber auch Balance-Änderungen vorgenommen, wie die Entfernung von Klasse 6-Schutzwesten aus dem Händlerangebot und eine Anpassung der Munitionsverfügbarkeit. Was genau bedeutet, dass Stufe 6 Armor und Platten nicht mehr bei Händlern verfügbar sein werden und nur noch im Raid gefunden werden können. Dazu kann jede Munition mit einem Penetration-Wert von unter 42 wieder auf dem Fleer verkauft werden. Die AK-Kaliber 7,62x39 und 5,45x39 wurden gebufft und einige Munitionstüten vom NATO-Kaliber 5,56x45 wurden etwas verschlechtert. Kommen wir zum letzten Reiter und das sind wichtige technische Verbesserungen. Ganz vorne hier das Sound- und Wettersystem wurde verbessert, um ein immersives Spielerlebnis zu bieten, wobei hier am Soundsystem massiv gearbeitet wurde, sodass jedes Headset jetzt auch wirklich die Audio-Eigenschaften hat, die es im Reellen hat. So hört sich jetzt jedes Headset auf seine eigene Weise anders an und bietet eigene Vor- und Nachteile. So soll das Audiosystem jetzt auch besser registrieren, in welchem Winkel ihr zum Geräusch steht, sodass das Ordnen der Sounds jetzt wesentlich besser funktionieren soll als bisher. Ein Anti-Clipping-System sorgt dafür, dass Ausrüstungsgegenstände jetzt auf dem Charakter immer korrekt angezeigt werden. Und last but not least, ein Update des Anti-Cheat-Systems schützt gegen verschiedene Exploits. Also wir sind hier bei der Verbesserung natürlich vom Anti-Cheat. Wundert euch aber nicht, wenn ihr jetzt noch einen Cheater sehen solltet oder so. Ganz werden wir die Seuche nie los, die wird es immer geben. Wir können es ihnen nur so schwer wie möglich machen und ich hoffe, dass da BSG auch auf dem richtigen Weg ist. Hier haben wir jetzt nochmal ein Update bekommen, was die Cheater bestimmt ärgert, hoffentlich zumindest. Mal sehen, wie lange. Ja, meine Freunde, das war der Patch 0.15 auf das Wichtigste zusammengefasst. Sicherlich gibt es noch einige Kleinigkeiten an Punkten, die könnt ihr euch gerne in den Patch Notes selber noch durchlesen, wenn ihr möchtet. Aber wie gesagt, das Wichtigste habe ich hier schon zusammengefasst, ohne großes Drumherum. Wie sich das alles auswirkt und ob es positiv ankommt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Jetzt ist aber erstmal Reinschwitzen angesagt. Also ab mit euch in den Vibe und viel Spaß in-Game. Ich stürze mich jetzt auch wieder in den Raid. Seid gerne dabei und lasst euch in meinen Livestreams blicken. Das war es jetzt aber auch wieder mit meinem Gebabbel. Ich bin's mir, euer Gunny und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.